Die Axel Springer C ist eines der größten Verlagshäuser Europas mit einer Reihe multimedialer Medienmarken wie Bild, Die Welt und Fakt. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten 15.000 Mitarbeiter einen Konzernumsatz von 3,3 Milliarden Euro und ein EBITDA von 559 Millionen Euro. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle mehr als 60% zum Umsatz und knapp 70% zum EBITDA bei. Das Geschäft von Axel Springer ist in drei Segmente aufgeteilt. Bezahlangebote, Marketingangebote und Rubrikenangebote. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Axel Springer Haus in Berlin und ist mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Aktie des Unternehmens ist Bestandteil des MDAX. Geschichte Im Jahr 1946 gründeten Axel Springer und sein Vater, der Verleger Hinrich Springer, den Axel Springer Verlag in Hamburg als eine GmbH. Erste Publikationen waren die Hörzu und die nordwestdeutschen Hefte. In den nächsten Jahren folgten Bild und das Hamburger Abendblatt. Im Jahre 1953 erwarb Springer die Zeitung Die Welt aus, der Die Welt am Sonntag und Das Neue Blatt entstanden. Springer weitete 1959 seine Beteiligung an der Ohlstein AG, die in Berlin die Blätter B, Z und Berliner Morgenpost herausgab zur Aktienmehrheit aus. Der Verlag errichtete 1966 direkt an der Berliner Mauer in Berlin-Kreuzberg das Axel Springer Hochhaus als seinen Hauptsitz. Der Verlag wurde 1970 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Beim Börsengang 1985 verkaufte Axel Springer 49,23% der Verlagsanteile. Der Verleger Axel Springer starb am 22. September 1985. In der Folge erwarb der Medienunternehmer Leo Kirch einen Aktienanteil in Höhe von 10% an dem Unternehmen, welchen er 1992 auf 26% erhöhte und im Juni 1993 erneut aufstockte auf dann insgesamt 40%. Mit Sat-Text betrat der Verlag 1988 den Markt für neue Medien. Es folgten Beteiligungen am Telefondienstleister Computel sowie den TV-Sendern Hamburg 1 und Business TV International. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands erweiterte der Verlag seine Aktivitäten im europäischen Ausland. Tochterfirmen und Beteiligungen in Osteuropa, Spanien, Frankreich und der Schweiz wurden gegründet und ausgebaut. 1999 erwarb der Konzern Beteiligungen an der Schwarzkopf TV Productions und Studio Hamburg. Nach dem Zusammenschluss der Fernsehsender ProSieben und Sat ist er an der ProSiebenSat Media AG beteiligt. Nach angemeldeter Insolvenz der Kirchgruppe schied Leo Kirch im Oktober 2002 aus dem Aufsichtsrat des Springer Verlages aus. Das Kirchaktienpaket in Höhe von 40% wurde im Oktober zunächst von der Deutschen Bank und Friede Springer übernommen. Der Aktienbesitz der Deutschen Bank wurde 2003 an die US-amerikanische private Equity-Gruppe Helmann und Friedmann und Friede Springer verkauft. Die Witwe des Verlagsgründers hält damit die einfache Mehrheit der Anteile an der Aktiengesellschaft. Auf einer Hauptversammlung im April 2003 beschlossen die Aktionäre unter anderem eine Umformierung des Unternehmens in Axel Springer AG und ein neues Corporate Design. Im Mai 2007 kaufte der Konzern zusammen mit der Publigroup AG die Zanox.de AG. Dafür wurden rund 214,9 Millionen Euro bezahlt. Im Juni 2007 übernahm das zu Springer gehörende Zürcher Unternehmen Jean Frey die Zeitschriften Tele, TV4 und TV2 vom Schweizer Ringgier Verlag. Ebenfalls im Juni 2007 kaufte der Konzern 41,4% des französischen Frauen-Internetportalbetreibers auf www.eminin.com. Dafür bezahlte Springer 284 Millionen Euro. Am 28. Juni 2007 wurde bekannt gegeben, dass Springer den Postdienstleister Pin Group für 510 Millionen Euro übernimmt. Im Dezember 2008 gab der Verlag bekannt, dass alle Veranstaltungen im Jahr 2009, darunter auch die Verleihungen der Goldenen Kamera, des Medienpreises Oscar und des Goldenen Lenkrads sowie der Neujahrsempfang und das Sommerfest abgesagt werden. Begründet wurde die Absage mit der internationalen Finanzkrise. Der Verlag wollte mit der Sparmaßnahme Entlassungen verhindern. Anfang 2005 war die Springer AG nur am Hamburger Lokalsender Hamburg 1 sowie an zwei Produktionsgesellschaften beteiligt. Im Sommer 2005 kündigte Springer an. Sie wolle ihren bisherigen Anteil an der ProSiebenSat Media AG erheblich ausweiten und neben allen Stammaktien auch rund ein Viertel der Vorzugsaktien erwerben. Das Gebot des Springer-Konzerns an die Investorengruppe um den US-Amerikaner Heim Saban betrug 4 Milliarden Euro. Der Umstand entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Saban hatte 2003 die TV-Gruppe für preisgünstige 500 Millionen Euro erworben. Der Springer-Konzern war vor einer Übernahme zurückgeschreckt. Im November 2005 wurde die Übernahme vorläufig untersagt. Die Medienkommission KEK kritisierte ein Meinungsmonopol, wenn die Bild-Zeitung und ProSiebenSat in einer Hand legen. Als Kompromiss schlug sie einen Beirat vor, der die inhaltliche und wirtschaftliche Kontrolle über einen der beiden großen Sender ProSieben oder Sat übernehmen sollte. In einem Zwischenbescheid des Bundesgartellamts im selben Monat wies dieses darauf hin, dass die Fusion aufgrund zu starker wirtschaftlicher Konzentration im Medienmarkt wahrscheinlich nicht genehmigungsfähig sei. Springer wollte jedoch die volle wirtschaftliche Kontrolle über die Sender behalten und auch keinen von beiden veräußern. Im Gegenzug bot das Unternehmen an, sich von Überkreuzbeteiligungen mit dem Medienkonzern Bertelsmann zu trennen und ferner die fünf Programmzeitschriften des Verlags zu verkaufen. Das Angebot bewertete die KEK als nicht genügend und gab darum im Januar 2006 bekannt, dass sie die Springer-Übernahme der ProSiebenSat Media AG als nicht medienkonzentrationsrechtlich unbedenklich bestätigen könne. Springer müsse sich entweder von der Bild-Zeitung trennen. Oder einer der beiden großen TV-Sender müsse vor einer Übernahme durch Springer aus dem Konglomerat herausgelöst werden. Darauf bot Springer am 11. Januar den Verkauf von ProSieben an, zog das Angebot aber am 16. Januar wieder zurück. Begründung Springer könne vor der Übernahme keinen TV-Sender verkaufen, der ihm formal juristisch ja noch gar nicht gehöre. Zudem schien Heim Saban dem Vorhaben ablehnend gegenüber zu stehen, der die TV-Sender nur im Komplettpaket abzugeben bereit schien. Ende Januar 2006 verbot das Bundeskartellamt endgültig die Übernahme von ProSiebenSat durch den Springer-Konzern. Dagegen konnte Springer nur noch auf zwei Wegen vorgehen. Mit einer Klage gegen das Bundeskartellamt oder mit der Einholung einer Ministererlaubnis. Die innerhalb eines Monats nach einem definitiven Votum des Bundeskartellamts zu beantragen gewesen wäre. Der Ministerentscheid hätte dann innerhalb von vier Monaten ergehen müssen. Gegen den negativen Bescheid der KEK konnte hingegen nicht Springer, sondern ausschließlich eine der Landesmedienanstalten Einspruch einlegen. Diesen kündigten die Landesmedienanstalten Bayern und Rheinland-Pfalz am 26. Januar an. Am 1. Februar 2006 erklärte der Springer-Konzern überraschend, dass er von seinen Übernahmeplänen endgültig Abstand nehme. Springer wolle sich nicht weiter einem langwierigen und in der Konsequenz unabsehbaren Prozedere unterwerfen. Man wende sich digitalen Märkten zu und wolle im Ausland expandieren. Dennoch gab das Verlagshaus am 24. Februar bekannt, dass es vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Entscheidung des Bundeskartellamts Beschwerde einlegen werde. Das Verfahren solle Rechtssicherheit für künftige Akquisitionen schaffen. Da das Unternehmen bei Aufrechterhaltung der Untersagungsgründe kaum noch Raum sehe für Zukäufe in Deutschland. Im November 2008, kurz vor der Urteilsverkündung der Klage, zeigte der Springer-Konzern nach wie vor großes Interesse an einem Einstieg ins Fernsehgeschäft. Als Möglichkeit dafür wurde nach wie vor die Übernahme der ProSiebenSat Media AG genannt, als Alternative der Aufbau eigener Einheiten. Am 23. März 2010 gaben die Axel Springer AG und das größte Schweizer Medienhaus Ringgier AG die Absicht zur Gründung einer gemeinsamen Heuding-Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich bekannt, an der beide Unternehmen zu je 50% beteiligt sind. Die Axel Springer AG leistet in das Joint Venture eine Bar-Einlage in Höhe von 50 Millionen Euro und zahlt zudem rund 125 Millionen Euro Ausgleich an Ringgier. In dieser Holding, die in drei bis fünf Jahren an die Börse gehen soll, werden künftig die Osteuropa-Aktivitäten der beiden Konzerne gebündelt. Die Axel Springer AG bringt das Geschäft seiner Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und Ungarn ein, Ringgier sein Geschäft in Serbien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die beiden Unternehmen haben in Osteuropa zusammen bereits über 100 Printtitel und über 70 Online-Angebote auf dem Markt. Mit dem Gemeinschaftsunternehmen entsteht somit auf einen Schlag eines der größten Medienunternehmen in Osteuropa. Das auf das Gesamtgebiet gesehen deutlicher Marktführer bei Boulevardzeitungen und einer der größten Anbieter im Zeitschriftensegment sein wird. Es käme auf Basis der Geschäftszahlen von 2009 auf einen Umsatz von etwa 414 Millionen Euro und ein EBITDA von 62 Millionen Euro und eine Zahl von rund 4.800 Mitarbeitern. Ceo der Holding wird Florian Fels, der erst zum Jahresanfang 2010 von seinem Posten als Ceo und Vorsitzender der Geschäftsführung von Axel Springer Polska zu Ringgier gewechselt war und In der Konzernleitung Ceo des neuen Konzernbereichs Mitteleuropa wurde Vorsitzender des paritätisch besetzten Verwaltungsrats wird Ralf Büchid Präsident von Axel Springer International. 2002 war der Axel Springer AG ein Interesse am Kauf der Ringgier AG nachgesagt worden. Zum 1. Juli 2007 hatte Springer über die Schweizer Tochtergesellschaft Jean Freier Gs die deutschsprachigen TV-Programm Zeitschriften Tele, TV4 und TV2 von Ringgier erworben. Im März 2010 genehmigten die russischen Kartellbehörden die Übernahme der Russland-Tochter des Zeitschriftenkonzerns Gruner Plus ja durch Axel Springer Rasche. Hierzu gehören russische Ausgaben der Titelfamilie Geo und die Gala Biografia, die unter demselben Titel in Lizenz weitergeführt werden sollen, sowie die entsprechenden Internetportale. Axel Springer-Range verlegt bereits die russischen Lizenzausgaben des Forbes-Magazine, der Computerbild sowie das über prominente Berichtende Magazin OG und betreibt auch die zugehörigen Internetportale. 80% der Russland-Tochter sollen wegen eines neuen Gesetzes verkauft werden, da es ausländischen Verlagen nicht gestattet ist, mehr als eine Beteiligung von 20% an russischen Massenmedien zu halten. Axel Springer will 80% der Anteile seiner Tochter an die Art Comedia Group von Alexander Fedotov verkaufen. Die restlichen Anteile soll laut Axel Springer seine bisherige Russland-Generaldirektorin Regina von Flemming übernehmen. Am 2. Dezember 2013 gab das Unternehmen die Umwandlung der AG in eine europäische Aktiengesellschaft bekannt. Der Verlag begründet dieses damit, dass die neue Rechtsform, die europäische und internationale Marktausrichtung des Unternehmens unterstreichen und erleichtern solle. Der Handelsregister-Eintrag erfolgte unter der Nummer 154.517b beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg. Am 8. Dezember 2014 kündigte das Unternehmen die Umwandlung der SE in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien an. Diese Rechtsform ermöglicht es der Mehrheitsaktionären Axel Springer Gesellschaft für Publizistik. Auch ohne ihre Aktienmehrheit von 51,5% die Kontrolle am Unternehmen zu behalten. Die Bestrebungen, die Axel Springer C. in eine KGA umzuwandeln, wurde mit 12. Februar 2016 aufgegeben. Publikationen, Beteiligungen, Vermarktung Hauptartikel Das bisherige Kerngeschäft war der Verlag und Rollen-Offset-Druck von Tageszeitungen und Zeitschriften. Hierbei waren neben den auch heute noch zu Springer Gehörenden über regionalen Blättern Bild und die Welt und der Berliner Boulevardzeitung BZ. Bis April 2014 vor allem die Berliner und Hamburger Lokalzeitungen nennenswert. Neben der Hörzu verlegte das Unternehmen die Fernsehzeitschriften Bildwoche, Funkur, TV Neu und TV Digital. Am 25. Juli 2013 gab die Axel Springer AG bekannt, dass sie eine Reihe von Zeitschriften sowie die Tageszeitungen Berliner Morgenpost und Hamburger Abendblatt für insgesamt 920 Millionen Euro zum 1. Januar 2014 an die Funke Mediengruppe verkaufen werde. Vom Kaufpreis fließen bei Vollzug des Geschäfts allerdings erst 660 Millionen Euro Anspringer. Die restlichen 260 Millionen Euro Kaufpreis bekommt Funke vom Verkäufer selbst als Darlehen gestellt. Am 27. Juli 2013 gab der Konzern auch den Verkauf des französischen Zeitschriften Verlags PGP an die französische Reworld Media bekannt. Die Übernahme der Regionalzeitungen und Frauenzeitschriften wurde vom Bundeskartellamt bereits am 3. Dezember 2013 ohne Einschränkungen durchgewunken. Der Verkauf der Programmzeitschriften wurde schließlich am 29. April 2014 unter Auflagen genehmigt. So musste sich Funke verpflichten, mehrere Titel an die Mediengruppe Klamp weiter zu verkaufen. Am 1. Mai 2014 wurde der Verkauf wirksam. Hauptartikel Neben dem Kerngeschäft besitzt das Unternehmen eigene Druckereien und ist am Pressegroßhandel beteiligt. In den letzten Jahren wurden Beteiligungen an Online-Diensten erworben. Zunehmend stellt sich das Unternehmen auf den Online-Journalismus und die neuen Medien im Allgemeinen ein, indem sie bezahlungspflichtige Inhalte im Internet und für das Handy anbietet. Seit Januar 2008 bündelt der Geschäftsbereich Axel Springer Media im Pick die Vermarktung nationaler Medienangebote der Unternehmensgruppe. Zu diesen Medienangeboten gehört beispielsweise das Kleinanzeigenportal quok.de. Mit über 500 Mitarbeitern erzielte der Vermarkter in 2009 einen Gesamtumsatz von mehr als 500 Millionen Euro. Der nationale und regionale Anzeigenverkauf im mittleren und kleinen Kundensegment wird von der Tochtergesellschaft Axel Springer Media im Packt Dienstleistungs GmbH bedient. Organe und Eigentümerverhältnisse Aktuelle Mitglieder des Vorstands sind Matthias Döpfner Jan Bayer Julian Deutz Andreas Wiele Aktuelle Mitglieder des Aufsichtsrates sind Giuseppe Wieter Friede Springer Oliver Heine Rudolf Knepper Lothar Lanz Nikola Leibinger-Kamm-Müller Wolf Lepenis Wolfgang Reitzle Martin Wasawski Aufsichtsrat Gerhard Kromme Michael Otto Klaus Krone Brian M. Powers Bernhard Servatius Leo Kirch Axel Sven Springer Leonhard Fischer Michael Luiz Heinrich V. Prinz Reus Eberhard von Brauchitsch Christian Kracht Heinz Ullstein Vorstand Lothar Lanz Ralf Büchi Steffen Naumann Klaus Laras Augusta Fischer Jürgen Richter Günther Prinz Günther Wille Peter Tamm Erhard van Straten Hans-Peter Scherer Christian Herfurt Wolfgang Müller Anteilseigner stand Der Axel Springer Verlag als ein Brennpunkt der Medienkritik Der Axel Springer Verlag war und ist oft im Brennpunkt der Kritik, einerseits wegen der konservativen Grundeinstellung vieler seiner Publikationen, andererseits wegen der vermeintlichen Übermacht im deutschen Pressemarkt. Für die außerparlamentarische Opposition war der Springer Verlag aufgrund seiner exponierten politischen und wirtschaftlichen Stellung ein Objekt radikaler Kritik. Am 1. Februar 1968 trat an der FU Berlin ein Springer-Tribunal zusammen, auf den Peter Schneider als Redner auftrat. Reden wir davon, welche Verbrechen an der Gesellschaft die Springer-Presse begeht und warum Springer, den wir ja nicht eigentlich aufhängen, noch nicht einmal ins Gefängnis stecken, den wir ja nur in irgendeinem produktiven Beruf, beispielsweise als Herren Schneider, beschäftigt sehen möchten, warum Springer enteignet werden muss. In der Folgezeit entfaltete sich eine weitreichende Kampagne gegen die Springer-Presse. Neben seiner marktbeherrschenden Stellung warf man Bild vor allem den Missbrauch der Pressefreiheit zur Volksverhetzung vor. In der Folgezeit wurde enteignet Springer zu einer zentralen Parole der 68er-Bewegung. Die Anti-Springer-Kampagne wurde, wie Peter Schneider später berichtete, unter anderem von den mit Springer konkurrierenden Verlegern Rudolf Augstein, Henry Nannen und Gerd Bucerius finanziell unterstützt. Namhafte Intellektuelle aus linken und liberalen Kreisen wie Theodor Adorno, Hansbart, Heinrich Böll, Peter Brückner, Ludwig von Friedeburg, Eugen Kogon, Gulloman, Alexander Mitscherlich, Heinrich Popitz, Helge Poss und andere unterzeichneten eine Erklärung, in der es hieß, Die Proteste verschärften sich nach dem Attentat auf Rudi Dutschke am 11. April 1968 durch Josef Bachmann. Entgegen verbreiteter Darstellung bezeichnete die Bild-Zeitung Rudi Dutschke zwar nicht als Staatsfeind Nummer 1. Doch der Bundesvorstand des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes machte den Berliner Senat und die Springer-Zeitungen für das Attentat verantwortlich. Wir betrachten diejenigen, die das Attentat auf Dutschke möglich gemacht haben, als die wirklich Schuldigen und werden sie zur Rechenschaft ziehen. Am Tag des Attentats riefen Demonstranten vor dem Springer-Hochhaus. Bei den folgenden Osterunruhen wurde die Auslieferung von Springer-Zeitungen aus den Druckereien bundesweit blockiert. Dabei kam es zu den damals schwersten gewaltsamen Konfrontationen zwischen Demonstranten und Polizeikräften in der Geschichte der Bundesrepublik. Springer-Kritiker zogen historische Parallelen zum Niedergang der Weimarer Demokratie. Der von Mordhetze in den Zeitungen und politischen Attentaten geprägt war. Zuvor hatten Zeitungen des Springer-Verlags wiederholt betont die Studentenbewegung, deren Protestform des Happenings von Josef Goebbels vorweggenommen worden wäre, entspreche genau dem Wesen des Faschismus. Weniger als eine Woche nach dem Dutschke-Attentat und den Osterunruhen jubelte die Bild-Zeitung. Endlich! Schnellgerichte gegen die Redelsführer, als ein Münchner zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt wurde, da ihm zur Last gelegt wurde, sich an einer SDS-Aktion gegen den Verlag beteiligt zu haben. Heinrich Böll veröffentlichte 1974 seine Erzählung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«, in der er die Boulevardpresse scharf kritisierte. Böll geriet selbst in die Schusslinie der Springerblätter, wofür Günter Gras den Verlag scharf kritisierte und sich jahrzehntelang weigerte, diesem Interviews- oder Abdruckrechte zu erteilen, bis sich der Verlag bei Bölls Familie entschuldigte. 1977 arbeitete Günter Weilraff dreieinhalb Monate lang als Redakteur bei der Bild-Zeitung. In seinem Erfahrungsbericht »Der Aufmacher«, der Mann, der bei Bild Hans Esser war, weist er der Bild-Zeitung schwere journalistische Versäumnisse und unsaubere Recherchemethoden nach. Die Axel Springer AG verklagte Weilraff daraufhin mehrfach. 1967 formulierte Axel Springer fünf weltanschauliche Grundsätze, die für jeden Mitarbeiter bis heute verbindlich sind. Nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde der erste Grundsatz geändert. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde der heutige dritte Grundsatz verfasst. In der heutigen Version lauten die Grundsätze 1. Das unbedingte Eintreten für den freiheitlichen Rechtsstaat Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft und die Förderung der Einigungsbemühungen der Völker Europas 2. Das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen Hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes 3. Die Unterstützung des Transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika 4. Die Ablehnung jeglicher Art von politischem Totalitarismus 5. Die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft Grundsätze und Leitlinien Axel Springer See Abgerufen am 12. Dezember 2013 Aus Anlass der großen Kundgebung gegen Antisemitismus am 14. September 2014 am Brandenburger Tor in Berlin setzte die Axel Springer See ein Zeichen Ab dem 11. September erschien am Berliner Axel Springer Haus in Kreuzberg auf ca. 180 Quadratmetern der Schriftzugstimme erheben Nie wieder Judenhass Rechtschreibreform Die Rechtschreibreform von 1996 wurde von vielen Journalisten des Verlags abgelehnt Nachdem die Reform 1999 zunächst übernommen wurde entschied man sich 2004 für eine eigene An die klassische Rechtschreibung angelehnte Hausorthografie Diese wurde im August 2005 noch einmal erweitert auf rund 350 Seiten Zugleich wurde eine öffentlichkeitswirksame Kampagne gegen die Reform gestartet Im März 2006 gab der Konzern bekannt den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 2. März für die reformierte Rechtschreibung entsprechend der Vorschläge des Rats für deutsche Rechtschreibung ab dem 1. August für alle Erzeugnisse zu übernehmen jedoch bei optional in Schreibweisen weitgehend die klassische Rechtschreibung anzuwenden Die frühere Ablehnung kommentierte Matthias Döpfner in der Süddeutschen Zeitung mit folgenden Worten Der Ansatz war völlig richtig Wir haben aber die politische Wirkung unterschätzt Das war naiv Denn sofort begannen die Angriffe Ein Kartell habe sich Rechte angemaßt Was allein dem Parlament und dem Gesetzgeber zustehe Warum haben Politiker eigentlich mehr Rechte als die Die von Sprache leben Schriftsteller, Journalisten, Verleger Schließlich teilte der Verlag im Juni 2006 mit Bei allen Medien den Schreibempfehlungen des Tüden zur reformierten Rechtschreibung zu folgen Ausbildung Der Konzern betreibt seit 1986 in Hamburg und Berlin eine eigene Journalitenschule die seit 2007 unter dem Namen Axel Springer Akademie firmiert und bildet in mehreren kaufmännischen und technischen Berufen aus Untertitelung des ZDF die Jahreszeiten